Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video. Am 23. März 2023 tritt Pluto erstmalig ins Wassermannzeichen ein. Du hast sicher schon von diesem großen Ingress mal gehört. Er verweilt ja da nur kurze Zeit, relativ kurze Zeit, geht dann zurück in den Steinbock. Aber der 23. März bezeichnet auf jeden Fall den Eintritt des Plutos in den Wassermann. Und ich möchte dir in diesem Video einfach mal ein paar Gedanken mitgeben, was denn das bedeuten kann. Dass du das Prinzip Pluto verstehst, auch kombiniert mit dem Prinzip Wassermann. In der Astrologie ist ja alles so aufgebaut, dass wir grundsätzlich Archetypen haben, so wie Wassermann oder Steinbock oder Skorpion. Und die haben flexible Prinzipien. Also denen sind Planeten zugeordnet, diesen Archetypen. Und der Planet ist dann quasi das flexible Prinzip, das sich dann an unterschiedlichen Lebensthemen, in unterschiedlichen Lebensgebieten manifestiert. Du hast es sicher schon gehört, das Prinzip Wassermann, also der Uranus ist ja gerade im Stier und wirbelt dort gerade die Materie, den Besitz, die Werte, aber auch den Selbstwert so durcheinander. Also da wird auf jeden Fall, findet so eine Revolution gerade statt. Denn Wassermann ist ein Zeichen, das die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden will. Das will das Alte sprengen und ins Neue bringen. Das braucht Visionen, um weitergehen zu können. Das braucht Gleichgesinnte, um sich wohlfühlen zu können. Und das ist so das Prinzip Wassermann. Es ist auch das Prinzip eben der Höchsten, der neuen Technologien. So kann man durchaus auch Internet und diese ganzen Vernetzungen der Welt ins Wassermann-Zeitalter reinbringen. Und in dieses hochtechnologisierte Zeichen, in dieses Zeichen für Visionen und auch für die Freiheit des Individuums. Also Wassermann steht ganz groß für die Freiheit des Individuums. Du kannst jetzt dir vorstellen, hier zum Beispiel auf YouTube ist es Individuen frei überlassen, eine Plattform zu gründen und zu senden. Das, was vor 20, 30 Jahren nur Fernsehsendern vorbehalten war, kann jetzt jeder im Prinzip daheim mit einer Kamera, einem Computer und einem Internetzugang selbst produzieren. Man muss sich das ja mal vorstellen, wie sehr sich da die Welt verändert hat, wie sehr das Individuum jetzt nach außen strebt auch und natürlich da auch eine Stimme erlangen kann. Also das ist Wassermann und da kommt jetzt Pluto rein. Und was ist Pluto? Pluto ist der Vertreter des Skorpion-Prinzips. Und bei Skorpion geht es ganz stark um Macht und Unmacht und um Stirb und Werte, um Transformationsprozesse und um auch die fixe Vorstellung. Das sind jetzt so viele Themen, du kannst dir das so vorstellen. Macht, Unmacht. Also entweder du bist in deiner Eigenermächtigung und lebst selber deine Kraft, deine Macht oder du wirst dominiert. In der Schattenform, also ist das nicht so die Eigenermächtigung, sondern in der Schattenform ist es natürlich die Dominanz über jemand anderen. Es ist so, wo übe ich den Druck aus auf andere in meinem Leben und beziehungsweise wo wird Druck in mir ausgeübt. Und das ist so eine niedrige Form von Pluto. Das ist so diese Machtausübung. Die haben wir ja ganz massiv auch während der letzten drei Jahre erleben dürfen, wie sich so Machtausübung anfühlt. Gepaart auch noch mit Saturn, das heißt so gepaart mit staatlicher Autorität. Und diese Machtausübung kannst du natürlich auch Eigenermächtigung, das heißt du bist in deiner Kraft, du lebst dich selber ausleben. Oder du wirst dominiert, beziehungsweise du dominierst selber andere. Dann geht es immer darum, wo stehe ich drüber, wo stehe ich drunter. Das ist dann ein ewiges Spiel. Das zweite ist so diese fixe Vorstellung, der fixe Gedanke. Pluto wurde auch beschrieben, du kannst dir das so vorstellen, das ist so dieses verneinende Prinzip auch. Also wenn du zum Beispiel, also das drohende Verneinende, wenn du nicht, keine Ahnung, nicht drei Doktortitel hast, dann bist du nicht gescheit. Wenn du nicht eine Traumfigur hast, dann bist du nie liebenswert. Wenn du nicht, keine Ahnung was, verheiratet bist, bist du kein ordentlicher Mensch, ist ganz egal. Das sind solche Glaubensmuster, so ganz starke fixe, die sich halt festsetzen. Und das ist eben so Pluto. Und plutonische Gedanken wollen natürlich geboren werden, wollen auf die Erde kommen, um dann letzten Endes was? Erlöst zu werden und sterben zu können. Und so kannst du dir das auch vorstellen, Pluto ist auch das Prinzip so des Aussiebens, der Transformation, des Stirb und Werde. Das heißt, du musst deine Gedanken, deine Prinzipien, um es jetzt mal auf der Ebene zu lassen, aussortieren, transformieren und dann wieder prüfen, was passt denn jetzt zu mir und was passt nicht zu mir. Genau dasselbe gilt natürlich auch für Mitmenschen. Und jetzt stell dir mal vor, dass dieses Zeichen, dieses eher fixe Zeichen, dieses transformierende Zeichen in die Freiheit reingerät, in den Uranus reingerät, in den Wassermann reingerät. Und was kann denn da passieren, wenn sich diese Energien mischen? Was kann da rauskommen? Und das ist natürlich eine interessante Mischung, denn auf der einen Seite das Fixe und die Freiheit, die Fixiertheit, das Festhalten um jeden Preis und das Freie und das Neue, das verträgt sich auf den ersten Blick überhaupt nicht. Und ich möchte dir einfach jetzt ein paar Gedankenbilder anbieten, was sich da manifestieren kann in dieser Zeit. Das Erste, was auffällt, ist, wir haben bei diesem Pluto-Ingress ein Quadrat zum Mond und Mond ist ja so dein Empfinden. Und der Mond steht gerade im Widder, das heißt, das ist sowieso so ein bisschen aufgebracht, aufgewühltes Empfinden, Gefühle, ein Stress und da kommt dann ein Quadrat zu Pluto rein, in Wassermann. Das heißt, das ist durchaus was, wo ich sage, da können alte, feststeckende Gefühle einfach einmal befreit werden. Dort, wo du gehemmt warst, wo du gehindert wurdest, kann es sein, dass es darum geht, da mal in die Aktion zu gehen, dich selbst auch zu verwirklichen in deiner Individualität. Und die Individualität ist aber nichts im Wassermann jetzt, was jetzt über andere drüber bügeln soll. Das heißt, nur du und kein anderer hat Platz, sondern die Individualität ist so gemeint, dass man sagt, das soll etwas sein, eine Vision sein, die auch für alle gleich gilt und die alles gleich macht. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist so ein Motto natürlich des Wassermanns. Und da haben wir eben einen Spannungsaspekt zum Mond hin. Das kann man natürlich vielleicht mit einer gewissen Unruhe, mit einer gewissen Beklemmung, einer gewissen Trauer durchaus wahrnehmen dann. Das nächste, was halt dazu kommt, wenn man sich das so vorstellt, ich habe es eh auch schon in meiner Jahresvorschau gesagt, aber man kann sich das auch so denken, wenn man diese Technologie plus quasi eine fixe Meinung hat, dann kann es sein, dass eben die Pole, die Meinungsmacher, die Spaltung noch mehr wird. Auch gerade auf sozialen Medien, dass man gerade nur mehr, also wirklich nur mehr die eigene Meinung vertritt und dass man da natürlich auch ein Grüppchen um sich schart, die so denken wie man selbst. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Das nächste, was ich sehe, ist auch durchaus eine Aufspaltung alter politischer Strukturen. Das kommt dann auch mit dem Saturn in Fische zusammen, aber da kann ich mir durchaus vorstellen, dass immer mehr Parteien zerfallen, sich spalten, sich neu organisieren, reorganisieren, so dass es durchaus in einem demokratischen Prozess durchaus schwierig sein kann, dass da funktionierende Demokratie ausgeübt wird, sagen wir mal so. Ein weiterer Punkt zu Pluto in Wassermann ist natürlich auch die Zensur, die Kontrolle, die Machtausübung über das Internet, über das Freie. Also dass da noch mehr Meinungszensur kommt, dass da noch mehr passiert in Sachen, ich sage dir, was richtig ist, was falsch ist und das Falsche darf nicht gesagt werden. Also das ist da auch durchaus ein Potenzial, das in dieser Konstellation nochmal hochkochen kann. Also auch ein strikteres Reglement, eine Machtergreifung über das unter Anführungszeichen als freie Plattform gedachte Internet, eine Kontrolle, dass da strengere Gesetze auch kommen, Regeln kommen. Also auch das kann stattfinden. Ich denke, es ist auch ein ganz wichtiger Prozess, dass man das, an was man geglaubt hat, was man gedacht hat, was eine Vision ist, was einen weiterbringt, dass man das auf der persönlichen Ebene durchaus einer Prüfung unterzieht, dass ich immer sage, ist das in der heutigen Zeit wichtig, was ich mir vorgenommen habe? Soll ich vielleicht Ziele hinten anstellen? Soll ich vielleicht gewisse Visionen hinten anstellen? Bringen mich die persönlich nicht mehr so weiter oder sind die einfach nicht mehr zeitgemäß? Also auch da sollten wir schauen, was da passiert. Das nächste ist natürlich, Pluto ist auch, kann auch eben Machtmissbrauch und Missbrauch auch sein, unter gewissen Konstellationen, natürlich auch bei der Sexualität. Und da kann auch sein, dass da noch mehr so ans Tageslicht kommt, unter Wassermann in Pluto. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese individuelle Sexualität, dass die auch noch einmal mehr hochgehoben wird. Das heißt, das ist auch so diese Zersplitterung, das, was wir ja jetzt erleben mit dieser Genderisierung und jeder kann alles sein und so. Das ist auch so ein bisschen so ein Teil dieses Wassermanns, dieser Wassermann-Energie, dass Männchen, Weibchen gleich sind und dass da alles eigentlich so gleich gemacht wird. Obwohl es ja meines Erachtens nach grundunterschiedliche Energien sind. Da geht es jetzt nicht um die biologische, sondern da geht es um die Energie. Und wenn man selber nicht versteht, was deine männliche Seite ist, was deine weibliche Seite ist und das nur auf Sexualität reduziert, dann bleibt man auf einer ganz, ganz niedrigen Stufe stehen. Also so von der, nämlich von deiner Potenz her, von deiner Entwicklungsmöglichkeit her. Und das sehe ich natürlich auch als ein großes Thema unserer Zeit. Ja, also du siehst, da ist ein Füllhorn an Möglichkeiten. Wir werden jetzt nicht gleich alles über uns hineinbrechen sehen, aber es ist natürlich eine interessante Vorschau auf die kommende Epoche und es wird definitiv spürbar sein. Das heißt, Pluto kommt dann in den Wassermann, kommt aus dieser rigiden Steinbock-Energie raus und dann schauen wir mal, was da passiert. Wer wem transformiert, ob der Wassermann ein bisschen Pluto inspiriert oder Pluto eher den Wassermann runterdrückt. Ich denke, das kommt dann auch so auf dein individuelles Dasein an und auch deine Persönlichkeit, wie du da gestrickt bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall für die nächste Zeit alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für zweieinhalbtausend Abonnenten. Also ich bin unglaublich dankbar, wie sehr der Kanal wächst. Und wenn du auch Teil dieser Community werden möchtest, abonnier bitte den Kanal, like das Video, teile das Video. Ich freue mich natürlich riesig drüber. Übrigens, wenn du dich fragst, was das Eclipse bedeutet, also dieses Fashion Art Project, was du da hinter mir siehst, dann geh doch einfach mal auf den YouTube-Kanal Eclipse Fashion Art Project. Ich habe nämlich in einem Kunstprojekt mit wunderbaren Models und einer Modedesignerin, da haben wir einfach so die Krise in Mode und in Fotos ausgedrückt. Also wie kommt der Mensch durch die Krise? Kannst du gerne mal reinschauen. Ich wünsche dir alles Gute aus dem wunderschönen Lenz. Bis bald, dein Oliver Erany. Danke fürs Dranbleiben.